ja hallo und willkommen zu meinem neuen video das ist eine video antwort auf ein video von mark molter auf mmolter video mark du hast vor einigen wochen auf youtube darüber berichtet und dich aufgeregt dass die gema jetzt tatsächlich planen für auf webseiten eingebettete videos gebühren zu verlangen dein video für die die es nicht gesehen haben verlinke ich in der beschreibung demnach sollte es tatsächlich so sein dass wenn man sein eigenes video auf seiner eigenen webseite einbindet dass man dafür noch gebühren zahlen muss und das geht natürlich gar nicht da gebe ich dir völlig recht inzwischen haben sich aber wohl auch die gerichte damit beschäftigt und selbst der bundesgerichtshof ist der auffassung ne gema das geht so nicht geht der nicht ihr könnt da nicht gebühren von nutzern verlangen es sei denn vielleicht es handelt sich um musikvideos aber der bundesgerichtshof sagt auch diese eingebetteten videos sind genauso zu behandeln wie links das heißt das video liegt also nicht auf der seite sondern ist im auf youtube und somit kann man den den webseiten inhaber der die videos dann einbindet nur dann belangen wenn da wir rechtswidrige geschichten oder so eingebunden sind also das ist gott sei dank vom tisch so scheint es aber auch die eu beschäftigt sich damit ja da gibt es gerichte die das vielleicht anders sehen aber dann auch dann wird es wohl keine gebühren geben es wird dann wohl so sein dass dann wenn die dann eingebunden sind diese videos auf den seiten daneben steht wie es heute bei den gema videos auch ist dieses video ist in ihrem land leider nicht verfügbar oder ähnliches also sieht so aus als wenn die gebühren vom tisch wären finde ich gut du sowieso würde mich natürlich interessieren was die anderen nutzer davon halten deswegen schreibt es mir in die kommentare wir sehen uns auf youtube